Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kebab Chefs. Hallo. Im Restaurantsimulador mit dem Christian, dem Jonathan und mir, dem Peter. Hier bei unserem wunderschönen Restaurant Peter Sacks. Guck mal, ich bin rein aus Gewohnheit in unser altes Restaurant gegangen. Das ist jetzt einfach nur leer. Warum ist das jetzt so klein und zu nah zusammen? Was? Das Peter Sacks. Das war bei mir die ganze Zeit schon so... Das war bei mir so groß geschrieben, dass das von links nach rechts ging. Ach so. Bei mir war das die ganze Zeit so. Es ist so buggy einfach, das Spiel. Ja, okay, es ist ein Buggy-Spiel, das ist natürlich wahr. Ja, aber das macht es halt auch irgendwo witzig. So, wir haben jetzt potenziell neue Gerichte wieder freigeschaltet. Wir könnten Dürüm machen. Stehe ich im Weg? Warte mal, was müssen wir für unseren nächsten, in Anführungszeichen, Stern machen? Gummis. Elena. Weiter Hotdogs machen, weiter Hamburger machen, weiter Zitronen, Knoblauchspieße machen. Okay, was wir auf die Speisekarte setzen, auf einerseits, auf jeden Fall, würde ich behaupten, sind die Kekse. Weil die Kekse haben wir eh schon hundertfach vorbereitet. Kekse. Die kann ich jetzt schon dahin packen, aber wobei... Dann, ähm, Hamburger haben wir auch noch vorbereitet. Kommt auch auf die Speisekarte. Genauso wie Hotdogs, die müssen wir ja auch eh alle machen. Für... Wo ist denn ein scheiß Hotdog? In Blend. Da. Für die Gourmet-Frau. Zitronen, Knoblauchspieße auch. So, ähm, bringt immer gutes Cash. Dünnerteller machen wir auch. Alles, was Pommes ist, machen wir Easy-Snack. Bühnersuppe konnte man relativ easy machen. Das ist die Frage. Neu ist Schnitzel auch. Wollen wir mal Schnitzel ausprobieren? Boah, macht ihr das? Mega, ich kaufe einfach. Ich habe dir nichts zugehört, Peter, weil du die ganze Zeit... Und was? Mit wem hast du gerade gesprochen? Ich habe dir nichts zugehört, weil du die ganze Zeit... Ja, Peter, mach das. Ja, du hast halt die ganze Zeit so in den Raum gelabert. Und deswegen habe ich dir nichts zugehört. Gut. So, wo stehst du am wenigsten im Weg? Da draußen? Ach, das ist ein Hässens. Wo steht denn jetzt der Tisch hier in der Küche? Was ist das denn? Ich habe das umgestellt wegen dem Platz gerade. Ach so. Weil die werden ja gleich hier wieder rumbacken wie sonst was. Gehen auch immer durch die Mitte rein. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Die gehen in die Mitte und dann gehen die hier wahrscheinlich an die Seite. Ist gut. Ich habe auch mal die Saftschubse hier an die Seite gestellt. Ja, das ist gut. Ich habe das Gefühl, mit Sachen im Raum kommen die nicht klar. Naja. Was machen wir denn überhaupt, Peter? Wiener Schnitzel oder Wiener Art? Das ist ein Hähnchenschnitzel. Das ist ja ekelhaft. Ich bin auch fasziniert. Also Hähnchenschnitzel kann auch geil sein. Aber warum machst du dann nicht direkt... Kalbschnitzel. Christian, wollen wir nochmal die Hühnersuppe draufsetzen oder was? Wir haben noch 0,7 Liter. Also ein Teller sind 0,2. Also raus damit. Raus damit. Dann haben wir acht Gerichte. Ich würde sagen, das reicht auch mal wieder für heute, wa? Ja, ich habe... Warte mal, jetzt weiß ich nicht mehr. Zitronenquatsch. Es sind zwei Teller vorbereitet. Köfte sind zwei Teller vorbereitet. Nee, sind sie nicht gelogen. Guck mal, Jay, ich habe jetzt bei den Herzkeksen bei allen drei Sachen 100% möchte ich. Oder 199, 100. Also waren die, glaube ich, echt einfach noch zu warm. Nee, aber dann würde ja Hitze 50% sein. Nicht in der Theorie, aber in der Praxis wahrscheinlich nicht. Ähm, nim, 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 nim. Nim, 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 nim. Aber ja, dass das durchaus Buggy sein könnte, könnte ich mir durchaus vorstellen. Weinen Sie, ja. Wir brauchen Tomaten, Zwiebeln, Grün. Tomaten, Zwiebeln, Grün. Ähm... Da ist noch ein Köfte-Teller vorbereitet, Christian. Übrigens hinten rechts. Haben wir Köfte auf der Speisekarte gerade? Ja, also nee, mache ich gerade. Der Köfte ist unten im Kühlschrank. Was ist denn oben rechts? Was ist denn oben rechts? Oh lol, da ist noch einer. Okay, dann habe ich hier nur Hackfleisch drin bis jetzt. Dann setze ich Köfte auch noch drauf. Dann haben wir sogar neun. Oh mein Gott. Das wird insane. Also Köfte und Zitronenspieße sind schon vorbereitet. Ähm... Ich glaube, wir brauchen noch Kohle und Anstrengung. Ja, ja. Weil wir immer noch den Scheißgrill haben. Weißt du, was wir jetzt machen? Peter, mach mal den Grill weg. Nein, ich habe den gerade angemacht. Ist egal, den verkaufen wir jetzt einfach. Wir sind aber bei null. Wie toll ist denn der Grill? 20. Scheiße! Verreicht da drin? Nee, reicht nicht. Ähm... Welchen Spieß machst du gerade? Ich mache Hamburger. So, dann brauchen wir... Äh... Dann mache ich einen Döner-Teller oder so. Ah ja, war noch nicht gemacht. Ähm, wieso machst du nicht deinen Zitronenspießkamm, den du immer machst? Davor habe ich schon zwei im Kühlschrank. Achso. Ist denn schon eins fertig und serviert? Achso, nee. Aber das mache ich ja gerade. Da muss die Fruteuze erst heiß werden. Ist das Hefe? Ja. Warum heißt das Hefe? Weil ich ehrlich gesagt noch nicht verstanden habe, wieso, ähm... Der Spieß funktioniert, weil... Wenn ich den umdrehe... Also, ich kann den nicht umdrehen. Ich kann den schon umdrehen, aber der bringt nichts. Den Spieß? Ja. Der wird jetzt gleich fertig. Muss der dann geflippt werden oder ist der dann komplett fertig? Ist der jetzt fertig? Ich würde sagen, die sind alle fertig, die Sachen. Ja, die sind alle fertig. Dann wird das abgelöst. Dann kommt da noch das drauf. Und das. Die grüne Chili, die ist mal wieder... Brät nicht. Ist da nicht korrekt drauf? Da brät die. Oder? Ja. Schade. Wird das wohl ein bisschen kalt. Der mies. So ein Hamburger Brötchen kann man auch unendlich lange auf den Grill packen. Da passiert einfach gar nichts. Ich dachte, ich kann das da vielleicht nochmal aufwärmen. Nisch da. Nice. Aber ist das nicht egal? Ist das nicht... Also, die wollen die doch kalt haben, die Scheiße. Ja, ich glaube nicht. Also, dadurch gibt es schon bei Backen so einen leichten Negativpunkt. Aber das kann man machen. Das ist schon in Ordnung. Das lohnt sich, glaube ich. Okay. So, Zeit für Hotdog. So, dann haben wir... Was brauchen wir denn da? Wir brauchen neue Hähnchenbrust scheinbar. Und sieht es gut aus. Hä, das grüne ist schon weg? Ah, nee. Lol. Was ist das grüne? Ja, grüne Chili. Aber hier heißt bei mir grün. Achso, das ist das Ding grün. Wenn ich mir merke, weil ich hier haben, kaufen muss für euch. Weil es gibt grün und rote Chili. Grüne, rote Chili mag man die ganze Ding. Diese hat gar kein Gericht, aber grüne Chili ist viel. Ah ja. Ja. Was höre ich denn hier? Hey, du hast abzusaubelt es an oder sowas. Hotdog. So, geil. Hotdog ist wieder gut geworden. Da war es 10. Hähnchenbrust, Würstchen. 100, 100, 100. Mega. Suppe ist einfach toll. Ja, Suppe ist super. Du kannst einfach nur Suppe machen. Einfach 16 Suppengerichte. So, come on, hier. Ich kümmere mich jetzt mal ums Hähnchen schnitzeln. Achso, okay, dann ist mir scheißegal. Was fehlt denn da eigentlich noch? Katsching. Schnitzel. Ach, komm hier. Was heißt, ach komm, hier. Ähm, mach ich das? Was ist das? Pommes, Peter. Pommes sind immer gut. Das sind Pommes. Ach, das ist einfach selber. Pommes. Pommes selber machen so in einer, äh, wie heißt das? Äh, heißluftfritteuse ist geil. Ja, aber Backofen-Pommes geht auch immer gut. Ne, aber Backofen, ja. Da trocknet immer so. Heißluftfritteuse ist ja geilere Backofen. Ja, heißluftfritteuse ist schon geil. Peter. Ja, okay. Wo ist denn hier? Ich hab keine. Du hast keine Backofen... Du hast keine Heißluftfritteuse. Nee. Warum hast du denn keine Heißluftfritteuse? Das wundert mich. Irgendwann ist die Küche auch voll gewesen, wa? Ja, aber dann hast du so einen anderen Quatsch da gekauft, wie eine Rotisserie oder was? Die hab ich nicht gekauft, die hab ich geschenkt gekriegt. Ja, okay, aber das ist wichtiger. Ja, okay. Ich würde dich dir zu stellen. Ich hab keine Heißluftfritteuse, also kannst du die Rotisserie auch wieder mitnehmen. Also Süßkartoffelpommes sind auch geil da, außer Heißluftfritteuse ist alles nice. Was haben wir denn da noch? Was über sich hier gerade? Was noch fehlt? Köfte fehlt. Moment, was habt ihr denn hier drin? Nee, Köfte. Auch Köfte ist noch nicht drin, aber vielleicht macht den Peter gerade. Nee, nee, ich mach den Schütze. Kann sein, dass wir eine neue Station brauchen, weil wir jetzt neun Gerichte haben? Das kann natürlich sein, Peter. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben acht Gerichte drin. Aber wir haben neun auf der Speisekarte, oder nicht? Nö. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Natürlich haben wir neun. Ist ja, ne? Ist ja logisch. Wir haben neun. Watt haben wir neun dazu genommen? Nur das Schnitzel? Ähm, nee. Das Schnitzel. Hier ist kein Platz mehr. Weiß ich nicht. Ja doch, wir haben wahrscheinlich das letzte wie gestern, nur dann halt extra Schnitzel. Ja, das kann sein. Ich gehe direkt neben dem Klo, können die sitzen. So. Äh. Äh. Nein. Egal. Äh. Die Wind da. Glas. Hm. So. Okay, Schnitzel hast du gesagt. Du machst. Höfter haben wir. Döner Teller ist. Döner Teller haben wir, oder? Ich hab's noch nicht gemacht. Ne, Döner Teller ist noch nicht da. Döner Teller und Schnitzel. Guck mal, da mach ich einen Döner Teller. Was ist denn das, was bei dem Schnitzel dabei ist? Ähm, Kartoffel, ähm, Brei. Ist das denn Dönerfleisch? Kartoffelbrei isst man auch immer wie der Schnitzel. Was sagst du, Christian? Ist das, äh, Dönerfleisch da an dem Dingenskirchen an dem Spieß, ja, ne? Ja. Okay. Ich versteh noch nicht ganz, wie Kartoffelpüree, wie man dat heiß macht. Dat ist mir noch nicht so ganz klar. Ey, wat machst du hier? Braucht ihr Hähnchenbrust für mehr als ein Gericht? Ja, weil hier sind nur marinierte Hähnchenbrüste drin. Ich weiß nicht, wer hier gerade irgendwie Shit gebaut hat. Eventuell der, der komische Hähnchenschnitzel macht. Naja, ähm, wir brauchen neue Hähnchenbrüste. Deine Mutter. Die Panade war halt genau für so viel. Ah, ja, 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 ja. Hoffen wir mal, dass wir die nicht einfach hier wieder wegschmeißen, ne? Die marinierten Hähnchenbrüste. Also, das verstehe ich aber auch wirklich nicht, muss ich sagen, wie das hier. Funktionieren soll. Aber den, also ich esse meinen Kartoffelbrei mal kalt, Peter. Ja, ich verstehe das nicht. Bin ich viel geiler. Wie viel Platz jetzt hier ist, ey. Hey, wo sind die Pommes jetzt hin? Oder? Einfach die Hähnchenbrust zu dem komischen Hotdog-Brötchen. Schön, dass wir mit die Salmonellen da rübergehen. Naja, das da ist immer nicht so eng, oder? Ne, das ist immer wirklich nicht so eng. Hab Wollo. Hühnerteller gut. So, jetzt fehlt noch dein Schnitzel. Ja, stimmt, jetzt fehlt noch dein Schnitzel. Die haben sich ja mittlerweile in Zweierreihen draußen aufgestellt. Ja, ja, die steht jetzt hier. Die wird richtig wild gleich. Oh, Mann. Wenn wir öffnen. Hey. Warum machen wir das Licht aus? Ja, geil. Pass auf, ich gehe nochmal durch. Ich verstehe nicht, wie man den Kartoffelbrei heiß wieder bekommt. Nee. Ja, der ist halt in der fucking Rührschüssel. Ja. Der ist jetzt heiß, oder? Nee, der war schon nicht mehr heiß. Wie ist der denn heiß geworden? Durch die Rührschüssel oder was? Nee, vorher. Ich habe vorher die Kartoffeln gegrillt, quasi. Ah. Nun, nur einfach mal. Ich verstehe das nicht. Hast du die Schüssel schon auf den Grill gepackt? Nee, habe ich nicht. Kriegen wir denn unsere... Weiß nicht, ob du... Vielleicht einfach Kartoffelpüree nehmen und dann auf den Grill schmeißen. Ja, vielleicht. Oder in den Ofen. I don't know. Das ist auf jeden Fall fucking weird, ey. Na gut. Dann kriege ich auf jeden Fall auch einen Grill. Ist jetzt vorbereitet. Okay, das wird es. Jetzt müssen wir noch... Alter. Ach, warte mal. Kannst du da nicht einfach in den Ofen stellen? Naja, vielleicht. Für die Schüssel. So. Aber wird dann vielleicht auch zu heiß? Alter! Da wurde gerade einfach meine Arbeitsfläche zerstört. Wait. Was soll das? Peter hat jetzt voll... Ja, Peter hat jetzt voll Marmor. Ja, geil. Das passt. Also ich sag mal so, im Ofen wird das auch nicht wärmer. Dann weiß ich auch nicht, ey. Das ist ja mega beschissen. Beiden habe ich... Bleibt jetzt für immer kalt, oder was? Also außer... Also ich kann es natürlich einzeln versuchen, gleich auf den Grill zu packen. Aber das will ich jetzt nicht probieren, weil dann... Dann verlieren wir es halt. Man könnte den Topf tun... Oh. Hier, ich stehe halt mal da hin. Ja, theoretisch... Äh, das Ding hat auch Schubladen. Natürlich, oder? Äh, ich weiß nicht, wie die Vorbereitung aussieht, aber meine Vorbereitung ist noch nicht so gut. Müssen die Sachen eigentlich in den Kühlschrank? Ja, das weiß ich nicht. Weil ganz ehrlich, ich packe das jetzt hier schon mal hin. Äh... Das muss nicht in den Kühlschrank. Das ist auch... Zwei, guck mal hier. Da können wir dann auch schon mal... Das Billigste von Billigten voll machen. Zip, zip, zapp. Ich weiß auch nicht, ob man theoretisch den Kühlschrank durchgehend offen halten könnte. Steht im Weg, ne? Mayo ist alle. Ja gut, das steht natürlich im Weg, ja. Ja, aber wer hat Mayo noch? Haben wir noch. Sehr gut. Gut geplant. Hast du... Hast du... Also, wie sieht's mit der Vorbereitung aus? Eins, zwei, drei Teller stehen hier. Du bist aktuell... Suppe... Also, ich hab da... Vier Teller stehen. Vier Teller von den Sachen, die wir brauchen könnten? Ja. Die vier Teller sind komplett fertig. Die müssen nur warm gemacht werden. Ah, okay, krass. Ähm... Was machst du denn jetzt hier schon wieder? Du machst gerade Hotdog Hamburger, richtig? Was denn? Wie viel... Wie viel Sonnenblumenöl kaufst du, Alter? Was hast du denn da vorbereitet jetzt, Peter? Machst du gerade Plätzchen oder... Nee, Plätzchen sind vorbereitet. Hamburger und Hotdog ist vorbereitet. Das ist Anlage, Peter. Das ist Anlage. Was musst du nochmal? Schnitzel vorbereiten? Soll ich das nochmal machen? Nee, das ist auch vorbereitet. Da weiß ich zwar nicht, wie ich den Kartoffelbrei... äh... ...weinbekommen, aber ist egal. Guck mal, wenn du jetzt hier... Guck mal, wenn du jetzt Sonnenblumenöl brauchst, ne? Dann hast du hier was, oder hier, oder hier. Guck dir das mal an. Geil. Was hast du auch was? Hier. Du hast einen kompletten Schaden, möchte ich mal ganz kurz sagen. Hä, es ist voll wichtig. Wir brauchen jeden Tag eine. Jeden Tag eine. Ja, aber guck mal, wie viele Tage wir jetzt mit Müll auskauen. Maximal. Hast du gerade geöffnet? Das ist mega gut. Ich glaube, Christian hat gerade geöffnet. Es ist noch super da. Es ist offen. Es ist offen, ja. Guck mal, die geht direkt dahin. Moment, wo ist die Suppe? Die läuft, findet die Suppe nicht. Nein, das ist ein Döner-Telest. Bist du blind? Okay, die hat eine Sonnenbrille auf. Wahrscheinlich ist sie blind. Ja. Weil sie geschnüffelt ist. Ah, sie ist dran vorbeigelaufen. Es ist kalt. Also... Wo laufen die denn hin? Da. Ja, äh... Ne, die haben immer noch keine Namen. Die Twitch-Integration ist broken einfach. Ist doch super. Sollen die sich noch ein bisschen bei der... Es wird hier so weggeschnüffelt, ey. Der Klau beim Saft oder Tee... Servis da ab. Ist doch okay. Die sind alle so lost. Menü 7. Was ist denn Menü 7? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menü 7 wäre der Hotdog. Gute Wahl. Junge, Junge, Junge. Ich kriege immer Hunger, wenn wir das Spiel hier spielen. Ich habe Hunger. Ich habe nichts vorbereitet mit der Saison. Was bist du für ein Monster? Was war das passiert? Ja, guck dir die doch mal hier an. Die 5, also die 10 Leute zusammen. Jo, stimmt. Das ist wie so, wie so der Blob ist da oder so. So, wie sieht denn aus? Also, Zitronenknoblauch. Ja, die Suppe ist noch komplett voll schnell. Die Wichser gehen alle nach draußen. Ich will unbedingt einen Außenbereich haben. Ich werde jetzt einfach hier so, ich werde einfach... Du hast aber auch, du hast auch, ganz ehrlich, du hast auch draußen einen der Tische, hast auch maximal weit weggestellt. Ja, damit die, ja. Weißt du, warum ich das gemacht habe? Damit ich hier offen bin, dass mir nicht alles im Weg steht, wenn ich hier laufe. Aber die Leute kannst doch durchlaufen. Achso, du möchtest die Tische. Ja, ja. Okay, sieht ja noch gut aus alles. Boah, da ist ja hier, dieses Spiel, immer Stress. Einer setzt sich drin. Ja, ich kann da nicht kontrollieren, ne? Ich bin die ganze Zeit nur am Laufen. Ja, ja, ich guck, ich guck. Aber ich werde, glaube ich, einen Waschbecken nach draußen stellen, ne? Zitronenknoblauchspieß zur Hälfte weg. Ja. Suppe ist, glaube ich, gut nachgefragt. Aber hier will keiner gar genau. Suppe, aber die finden alle die Suppe nicht. Aber da habe ich einfach die Schüssel, die sauber geleckt wurde, wieder reingestellt. Die braucht gar nicht gewaschen werden. Das ist das Beste. Okay, dreimal so viel, ich glaube, ich erinnere mich. Aber hier drinnen auch mal ein bisschen abgerechnet bei den Leuten, ne? So ein, zwei Schnitzelgerichte noch, dann ist er weg. Ja, okay, alles klar. Schnitzel sollte theoretisch recht schnell sein. Ich könnte den Teller schon mal vorwollen. Da wird nachgesalzen, das Schnitzel, Peter. Ja, was soll ich machen, ne? Manche Leute salzen immer nach, egal wie viel Salz du schon vorher drauf machst. Ich will ja nichts sagen, aber die Leute checken halt so krass lange den Weg nicht, dass wir heute nicht viele Kunden haben werden, weil... Okay, also haben wir es noch schlechter gemacht, als es vorher schon war. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, irgendwie... Die Eiern jetzt halt auch mal von links nach rechts. Vielleicht suchen die halt einfach. Ja, ja. Irgendwann finden sie es. Komm, nimm jetzt den Zitronen-Knoblau-Spieß. Peter, wenn wir meine Arbeiter zocken, ey. Irgendwann ist leer gerade gegangen. Okay, irgendwann ist leer. Warte, dann ist die Hühnersuppe. Ist die Suppe. Ist die Suppe. Zitronen-Knoblau-Spieß ist jetzt auch leer, Christian? Jo. Wo ist Hamburger? Ich glaube schon, dass da noch relativ viele kommen. Hamburger kommt, wird jetzt auch leer. Okay, ich mach Hamburger. Suppe haben wir jetzt gar keine mehr. Das heißt, alle Menü zwei. Super, alle. Können wir neu machen? Brauchen wir neu? Weiß nicht. Wir haben noch relativ früh. Oder nicht? Alle jetzt Menü zwei. Wenn wir Leute unzufrieden nach Hause schicken, gibt es keine drei Sterne. Ja, da hast du natürlich recht. Scheiße, von welchem Töne habe ich das jetzt genommen? Ja, klar, ich komm gleich einfach nur die Suppe machen. Suppechen. Das Fleisch musste gar nicht gedreht werden, Peter. Doch, das Hamburger Fleisch eigentlich schon. Echt? Ja. Ich war einfach so schnell, dass du das nicht gesehen hast. Der Herr der Pfannen. Mah. Alter, das ist jetzt schlässig hier. Oh, der Teller ist wieder sauber geleckt worden. Geil, der kommt wieder direkt zurück ins Regal. Hier, zack. Bitte, bitte. Also, die wollen ganz viele Hamburger. Hamburger mit Pommes wollen vier Leute hier, die da rumbacken. Ist jetzt auch wieder serviert. So, okay. Die werden halt einfach nicht rot bei mir. Dann zieht die noch mies aus. Nee, Herzen sind gleich weg. Sonst ist alles voll. Ich kann ja nochmal Süppchen vorbereiten. Also, Hamburger und Pommes ist hier wirklich. Ja, die wollen halt alle Pommes mit Hamburger. Naja, das ist aber kein Thema. Das ist schon längst wieder serviert. Pommes steht... Also, normale Pommes stehen hier noch und Köfte stehen hier noch, ne? Oh Gott. Alter, Hamburger wird sofort schon wieder leer sein. Okay. Ja, Peter, dann mach mal. Das hat ungefähr eine Minute gedauert, bis die Hamburger wieder leer gegangen sind. Aber kein Thema. Mach ich. Hey, geh mal. Ey, geh mal. Ey, geh mal. Ey, geh mal. So. Ey, die sitzen hier zu dritt jetzt zusammen, anstatt halt fucking nach drinnen zu gehen, die Wichser. Haha. Brünnchen muss zwei und Brünnchen. Lasse sie. Let the hate flow through you. So. Zack. Weg. Alter. Aber, ich sag mal so, das Money... Okay, der dritte Teller Hamburger wird jetzt auch wieder serviert? Das Money reißt und das Money reißt hier, ne? Also, das ist schon crazy. Wieder gut Geld, ey. Ja, die finden hier wieder die Wege nicht, ne? Ja, aber irgendwann finden sie... Die sind nicht sauer bislang gegangen, ne? Ja, ja, nee. Alles gut. Und der Vorteil ist, ihr habt dann Zeit zu backen. Oder zu kochen. Ich kann schon wieder Hamburger machen. Joga, hier sind so viele Hamburger, Leute. Scheiße, ich kann schon wieder Hamburger machen. Das ist der fette Teller dann. Ja. Ich muss mal, hier hat noch einen Hamburger. Soll ich nochmal Teig machen für den Hamburger? Eventuell könnte sich der Chat vielleicht da abgeschöpfen haben. Ja, mach mal, Christian. Das wäre, glaube ich, echt hilfreich. Haben wir noch mal einen Röhre schüssel? Rechts wahrscheinlich, ja. Haben wir noch eine Menge. Ja. Alle drücken Menü 2. Eins, zwei Hamburger, Leute. Wir haben zwei Spieß, Leute. Irgendwann ist aus. Können da die Herzen sein, weil ist das ganz am Ende? Ja, die Herzen sind aus. Zwei Leute wollen Herzen. Ja, kommt. Oh Gott. Gib mir das irgendwo, dann gebe ich da drüber. Stell ich hier hin, alles auf der Anrichte. Irgendwann ist leer gegangen. Hamburger sind leer. Ja, komm. Herzen sind sehr gut gewesen. Danke. Hamburger sind wieder da. Der Döner Teller ist auch weg. Döner Teller ist weg. Alter. Christian, soll ich den Döner Teller machen? Ja, ich mach heute halt. Gut. Das ist aber wirklich stressig hier gerade. Wollen alle gleichzeitig bezahlen. Aber immerhin scheint es nicht mehr so zu buggen mit den Sachen, die ich abgeben muss. Und Müll haben wir hier auch quasi gar nicht mehr in der neuen Butze. Das ist alles schmutzabweisend hier. Ja, das ist gut. Das ist das Beste. Butter nicht im Kühlschrank? Nee. Butter ist nicht im Kühlschrank. Butter ist nicht im Kühlschrank, ne. Butter ist irgendwo, ist so ein blauer, blauer Block. Eigentlich bräuchten wir mehr Butter für Dominik. Ja. Keppella. So, Döner Teller auch wieder serviert. Auch wieder perfekt gewesen. Okay. Wir werden gleich unendlich lang waschen müssen. Mittlerweile haben die auch wieder Namen, sehe ich gerade. Das fällt mir jetzt erst auf. Die haben Namen. Oh mein Gott. Hört die Teigmaschine automatisch aus? Zitronen-Knoblauch-Spieß wird jetzt sofort leer gehen, Christian. Äh, ja, nee, die musst du ausmachen. Ich, äh, nehm den Teig. Danke. Okay. Warum kann ich eigentlich Teller nicht stapeln, wenn ich die trage? Wichtige Fragen. Da sollen wir aber nicht gerechnet, Freunde. Da habt ihr doch schon zwei Tellerchen von gegessen. Ja, die haben Bock drauf. Alter, das zwei Sachen sind gerade leer gegangen. Okay, war das noch leer gegangen? Ich kann gucken. Wenn ich Ehen drauf... Scheiße, war das noch leer gegangen? Hamburger Schnitzel? Ne, Hot Dogs. Hot Dogs sind leer gegangen. Hot Dogs, ja. Mach ich. Hot Dogs sind diese Zitronen-Spieße. Ja, ja, an denen ist Christian schon dran. Ja, ja, die mach ich. Da ist auch jemand, der das haben möchte. Oh Gott. Ist ja ein Schmerz. Schneller braten. Ich geh waschen. Wir haben so fucking viele Teller hier drin. Hier sind, glaube ich, 60 Teller oder so gefühlt. Mega. Es endet nicht. Oh, es ist wieder was leer gegangen. Die Herzen kommen neu. Herzen, ja. Ich leg sie mir hin, wenn du bei Dumpcraften bist. Leute, die sind schon hier. Die liegen schon hier. Ja, dann nehm ich die. Was sind die Fähne hier genommen? Also, wir brauchen Hot Dogs, Zitronen-Spieße und that's it von denen, was serviert werden muss noch. Jetzt geh ich wieder weiter hier kassieren. Also, ich bin auch, ich gehe auch immer in den Dönerladen rein, damit ich mir Herzkekse holen kann. Hot Dogs serviert. Äh, hu. Oh Gott, Zitronen-Spieße sind extrem nachgefragt. Christian, wie kommst du da voran? Wir sind gerade auf dem Grill. Okay, Schnitze sind auch leer. Wer lässt denn immer die Spieße hier? Glaube ich, aber... Ich kann's sagen. Ich mache eigentlich nichts mit Spießen. Eieieieiei. Schnitze, Schnitze, Schnitze. Will den keiner Kürtel haben? Das ist ja vorreit. Wir brauchen zwei Spieße. Bei drei Leuten dann direkt essen. Machen, Christian. Also, denke ich mal, ne? Außer, da kommen keine mehr nach, natürlich. Das kann natürlich sein. Naja, Kartoffelpüree kann man so machen. Oh mein Gott. Kann der Schnitze auch schneller begrillen oder sowas? Du hast gesagt, ich soll noch einen machen. Dann mache ich direkt noch einen. Wir haben keine Zitronen mehr. Aha. Ja, hier gehe ich Zitronen holen. Und wir brauchen, glaube ich, Schnitzel. Werden auch gerade viele gewollt. Ja, ja, komm. So, Zitronen. Renne. Ich renne. Schnell, ich kann. Komm, es ist leer gegangen, Christian. Soll ich das machen? Nö, nö. Okay, ist klar. Hier sind die Zitronen liegen im... im Karton. Können wir auch frisch aus dem Karton nehmen, die Dinger. Das ist eigentlich okay. Köfte noch einen. So. Zitronen Knoblauchspieß noch einen. Zack, weg damit. Noch einer da oder so. Soll ich schon mal machen? Zitronen Knoblauchspieß wird jetzt leer gemacht. Okay, erstmal hier Pommes. Wollen die denn hier wieder alle bezahlen? Pommes mit nix. Aber wir können fast die Schulden bezahlen und den Elektrogrill holen, ey. Wenn es so weiter geht. Das ist insane, wie viel Kohle diesmal reinkommt, ey. 40.000. Das ist wild. Also ich glaube, den Elektrogrill können wir uns auf jeden Fall gönnen. Ja, das ist gut. Hier geht es wirklich ab. Also. Du willst Herzchen, das ist kein Problem. Das endet halt auch nicht. Köfte auch nochmal oder was? Ähm. Köfte, Köfte, Köfte. Das Eins haben wir noch bei Köfte. Gerade gibt es keinen, der das noch nachfragt. Warum haben die denn jetzt wieder keine Namen bei dir? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist hier ein ewiges Hin und Her. Das ist gar nicht buggy. Das ist wahrscheinlich komplett buggy einfach. Da brennt was. Okay, kein Teller mehr in den Regalen. Oh Gott, ich wasche. Ja, das kann natürlich sein. Ich bin die ganze Zeit am Laufen. Hier habe ich direkt einen sauber geleckten Teller von Sven. Hier ist Zitronenspieß. Die kommen aber auch. Guck mal, das ist Hanno. Hanno will Zitronenspieß. Oh, egal. Ich werde vergessen. Boah, leck mich am Arsch, ey. Das endet nicht. Das ist der fressigste Tag, den wir bisher hatten. Aber das endet definitiv hier nicht. Jetzt kann ich wieder waschen. Okay. Ich gucke mal kurz nach den Gerichten. Der letzte Köfte wird jetzt genommen, ist aber noch nicht neu angefragt. Ich glaube, da kommt auch keiner mehr. Oder? Ja, doch, da kommen noch Leute. Da ist immer klar. Da ist Zitronenspieß. Ja, den können wir noch liefern. Was willst du? Oh, noch einen Zitronenspieß. Den können wir auch noch liefern. Ich habe gerade erst da hingetan. Ja, aktuell haben wir drei offene Zitronenspießanfragen. Aber wir haben noch vier. Ey, wir sind, glaube ich, fast 30 Level gestiegen. Ja, dieser Tag ist wirklich insane, Alter. Das ist insane. So, Hühnersuppe haben wir auch noch. Was willst du? Hühnersuppe? Ja, ist cool. Ich glaube, wir können auch einfach einen eigenen Laden aufmachen. Das ist ja gar kein Problem, das zu handeln. Ja, stimmt. Das ist echt einfach. Wie, da draußen wollen ganz schön viele bezahlen, oder dann? Ja, ich habe aber auch gerade zehn Teller gewaschen, ja? Ich kann mich nicht dreiteilen hier, ja? Hallo? Noch einen Zitronenspieß. Eins, zwei, drei. Dann wäre der leer. Okay, nein. Oder hast du gesagt, Zitronenspieß ist dann leer? Wäre dann leer, ja. Weißt du, wir haben noch keinen neuen... Hä? Der ist noch dreiviertel voll. Achso, du hast die gerechnet, die das noch nicht genommen haben. Genau. Hühnersuppe. Hühnersuppe ist leer. Wir brauchen neue Hühnersuppe. Ja, Hühnersuppe. Das endet nicht. Wir haben wirklich leicht, glaube ich, den Grill. Und alles bezahlt. Bei 49.000, glaube ich. Ich glaube, wir sind bei 29.000 Schulden. Hä? Wo ist denn die Suppe? Krass. Zack. 100, 100, 100. Ja, perfekt. Das endet nicht der Tag. Ja, aber den will bisher auch noch keiner mehr. Und gerade kommt auch niemand Neues rein. Wieso? Guck mal, der hier beschwert sich, der hat ja kein Zitronenspie. Er hat doch jetzt gerade gefunden. Da hinten ist doch Herzkekse und kein Zitronenspieß. Zwei Sachen sind leer, alles gut. Bisher ist noch nichts angefragt. Außer, dass die Leute bezahlen müssen. Oh, jetzt ist hier drinnen jemand gegangen, ohne zu bezahlen, weil JD nicht abkassiert hat. Warte, ich... Ah! Drinnen vor allem. Und hier rechts auch. Ey, das stimmt gar nicht. Okay, die sind bei mir da gar nicht. Okay, nur der drinnen dann. Hab da keinen gesehen. Hier sind jetzt noch ein paar draußen. Ich glaub, das war's dann. Okay, ich wasch mal. Puh, dann sind wir diesmal gut ausgekommen, so. Insgesamt. Ja, aber wir sind noch echt leer. Also, wir haben mal 50.000 halt einfach. Das ist richtig viel. Das ist in der Runde gewesen, ey. Wir mussten schon Zitronen aus der Box nehmen. Ja, das stimmt. Aber nur das war falsch kalkuliert, ne? Nee, das mein ich nicht. Ich mein halt nur, dass wir gleich nochmal gucken müssen, was wir alles zu brauchen. Ja, ja, das mach ich eigentlich immer. Ich kauf einfach irgendwas, was da... Kommt drauf an, äh, kommt doch auch ein bisschen drauf an, wie wir morgen... Okay, ich glaub, wir sind geschlossen, oder? Der Tag ist vorbei, es soll noch Mist. Alter. So. Wir haben einen Teller waschen. Wollen wir erst, äh, quasi, wollen wir morgen vorbereiten, dann. Ja. Weil dann wissen wir, was wir für neue Sachen freigeschaltet haben. Ich kann die Teller, ich kann die Teller... Aber die Teller kannst du ja trotzdem... Ja, wenn ihr vorbereitet, ich kann ja waschen. Genau, und wir können halt nicht jetzt gerade vorbereiten, weil... Warum? Wir wissen nicht, was wir für neue Sachen freischalten morgen. Also würde ich sagen, jetzt go. Ah, du willst direkt den neuen Shit nehmen. Ja, aber einmal kann man nochmal kurz Geld setzen, ne? Natürlich, aber über 50.000 haben wir. Aber gucken wir mal, ob wir gleich über 50.000 haben. Moment, Moment, Moment. Wie viel Kosten, Schulden plus Grill? Okay, das waren die Schulden. Wie teuer ist der Grill? Schnell gemacht, bevor ihr alles hier weggesetzt ist. 20.000 ist der Grill? Ja, wir müssen noch Zutaten kaufen, ne? Ist euch schon bewusst. Ja, dann können wir jeder 1.000 setzen. Okay. Aber Christian, wenn wir dann morgen uns den Grill nicht... Komm, lass dich alleine. Also wir brauchen immer so an die 5.000 an Zutaten, ne? Ja, dann können wir den uns ja jetzt eh schon nicht leisten. Ah, die hat ne 6. Und die haben ne 16. Ja, da du da auf jeden Fall nochmal nehmen musst, stehe ich aber sowas von. 16 und... Wie, du verlierst. Willst du dich verarschen? Hattest du nicht auch ne 16? Ja, aber die Bank muss doch bei 16 nochmal nehmen. Die hat er von bei 16 nicht genommen. Ich bin beschissen worden. Echt? Bei dem Spiel, ja? Bei 6 nimmst du doch nicht nochmal. Weil du gehst doch davon aus, dass ich die Bank überkaufe. Das ist ja wohl alles Scam. Haben wir noch nie gehabt, dass wir hier nicht kennenlernen. Dann hat er gesagt, ja schade, hast du verloren. Das gab's ja noch nie. Okay, dann gehen wir wohl ins Bett, wa? Oh man, ne. Aber gut, das hat... Die Herzkekse sind doch alle. Das sind so viele Money's, die wir da haben. Das ist schon lecker. Boah, das ist ja so viel, was einfach aufgewertet wird. Es ist mir schon klar, dass bei Bank... Bei Gleichstand die Bank gewinnt, aber bei 16 muss die Bank noch ne Kale nehmen, Freunde. 37.000 plus, Alter. Crazy. Ja, wirklich crazy. Alter, können wir jetzt Brezel machen? Ja, Mann. Ja, geil. So, aber wie sieht das denn aus mit dem Gourmet? Wieso werden... Also, wie kommen wir eigentlich darauf, dass wir vom Dürüm und Dönerladen immer mehr zur Bäckerei werden? Ja, aber du hast doch sehr viel türkische Backkunst. So, Baklava, Pide, backen relativ viel. Dann hast du noch das gute Schnitzel, die Herzkifte... Können wir mal irgendwie einen Tag jetzt... Das Problem ist, die Hot Dogs will keiner. Können wir jetzt mal einen Tag irgendwie, einen schnellen Tag nur Hot Dogs machen oder so, damit wir endlich diesen scheiß Gourmet freischalten? Was? Ja, wir sind mit allen Sachen, die wir für den Gourmet brauchen, schon deutlich drüber. Nur Hot Dogs kauft keiner. Das heißt, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt nochmal einen Tag nur Hot Dogs oder sowas. Alter, Achievements haben wir auch einfach... Also, das ist jetzt so ein Gedanke zumindest. Einen Tag nur... Also, du willst nur Hot Dogs heute anbieten? Ja, damit wir quasi an den Gourmet kommen, denke ich mir. Ja. Also, ist doch okay. Ist doch auch morgen dann easy, oder? Ey, eine Sache, ich glaube, die soll... Also, ich glaube, guck mal kurz hier auf der andere Richtung. Ich glaube, die Sachen müssen doch in den Kühlschrank. Aber ich sag mal, das... Oh. Das sieht nicht mehr so gut aus, das Hackfleisch, was da drin ist. Aber du hast absolut recht. Alter. Da sind jetzt wirklich Fliegen dran. Ja, musste man ja mal ausprobieren, ne? Oh, Freunde. Kommt da Geld her. Wenn wir nur Hot Dogs anbieten, brauchen wir natürlich mehr Hot Dog Brötchen. Was ist denn der Müller-Wein? Haben wir den verstellt? Er ist am Klo, glaube ich. Wo man nicht mehr hinkommt. Bäm. Uh, yes. I love it. Das sieht doch geil aus, das Gerät. Das hier, der hier, sieht doch super aus. Guck mal hier einfach. Zack. Eis. Gammelfleisch-Skandal bei Peters. Ach, Quatsch. Ja, ist wirklich so. Ja. Wir haben das ja nicht serviert. Jetzt können wir ja echt die Kohle auch wieder verkaufen, oder? Ja, die braucht... Ich hänge eigentlich meine... Meine Weste. Die brauchen wir nicht mehr, die Kohle. Äh... Ach so, du bist nackig. Meine... Meine... Ach, ich bin nicht nackig. Meine Fliege. Bisschen nackig. Die ist komplett verrichtet. Die ist so verrichtet, wie du deine Arbeit. Also wir machen heute nur Hot Dogs. Habe ich richtig verstanden. Das ist ein Vorschlag von mir. Ja, ist ja okay. Okay, wir haben auch nur sieben bis neun Kunden. Einfach um den... Warum haben wir nur sieben bis neun Kunden? Wenn wir nur ein Gericht auf die Speisekarte stellen, haben wir logischerweise nicht so viele Kunden. Aha. Nur Hot Dogs. Äh... Aber Hot Dog Brötchen, hast du gesagt, sind anderes als Burger Buns, ne? Nein, das sind die gleichen. Was habt ihr jetzt eigentlich gedacht, weil ich kaufe für zwei Sacks? Nur noch. Wie, nur noch. Wir machen ja nur Hot Dogs jetzt. Hühnchenbrust. Ja, wir machen ja nur Hot Dogs. Stimmt. Also wir haben keine Kartoffeln mehr. Kartoffeln machen wir ein bisschen. Und... Was ist das eigentlich? Hähnchenbrust. Mehl haben wir auch nicht mehr so viel. Ja, ich kaufe nichts. Ich kaufe nichts. Wir haben kein Geld. Wir haben 2600. Dann gehe ich halt einkaufen. Auf nix. Wir haben 80.000 Ölflaschen, die wir nicht brauchen. Die haben wir wohl. Ja, und? Ich darf mir ja wohl mal Öl kaufen, wenn ihr euch da 5 Milliarden Gold ausgegeben habt. Ja, für Scheiße. Ja, ein Gold für Scheiße. Ich habe jedes Mal verloren. Ich habe kein Mal gewonnen. Ich habe das mit Tomaten. Brauchen wir gerade aktuell Tomaten überhaupt? Nein, brauchen wir nicht. Tomaten sieht gut aus. Wir brauchen aber auch keine Kartoffeln für die Hot Dogs wohl, ne? Ja, aber ich meine Pommes haben wir eigentlich dann genug, aber ja. Nehmen wir noch ein bisschen hier und eine Schwiebel. Guck mal, ey, das Gemüse kostet halt gar nichts. Ja, aber das Fleisch kostet dann viel. Genau, ich weiß halt nicht, wie viele Hot Dog Würstchen wir brauchen. Ich meine, wenn wir 7 bis 9 Kunden haben, theoretisch 2. Und die haben wir satt und genug. Lingelingeling. Und Hähnchenbrust ist doch bestimmt auch nicht super. Alter, wir können jetzt gegrillten Sucuk machen, geil. Hähnchenbrust haben wir safe noch genug. Alter, irgendwann kann man Falafel machen. Ja, die können wir in den Kühlschrank legen und da lassen. Ein Obstsalat. Krass. Hier hinten einfach Abstelllager. Lamachun haben wir auch noch gar nicht gemacht, ne? Ne, wir haben schon ein paar Sachen noch nicht gemacht. Wir können natürlich theoretisch einfach just for fun noch ein zweites Gericht auf die Karte. setzen, dann werden wir ja trotzdem drüber kommen. Eins, die wir noch nicht hatten, zum Beispiel. Ja, damit wir neue Zutaten kaufen. Ja, müssen wir auch nicht. Müsste gucken. Ja, ne, wenn du drauf guckst, ist ja easy. Äh. Ja, warte. Würde ich jetzt nicht machen. Wir können ja noch Schulden aufnehmen, ist ja egal. Das stimmt. Was kann denn der Zucuk? Dafür brauchen wir Peperoni, Salz, schwarzer Pfeffer, Kartoffel, Zwiebeln. Wo kommt denn die Wurst her? Ach, der Peperoni ist die Wurst. Oh mein Gott. Ne, dafür brauchen wir ein neues Fleisch. Das ist ja kein Problem. Soll ich eine Peperoni holen? Wir können doch zwei holen. Ja, wir haben genug Peperonis. Ne, das sind Peperoni-Würste. Ja, hol ich, Peter. Ich hol zwei Peperoni-Würstchen. Okay, cool. Ich weiß nicht, ob zwei reichen. Dann hol ich drei. Ja, jetzt gibt es jetzt Peperoni-Würstchen. Und das war aber in der Tat überraschend teuer. Ey, Fleisch ist teuer. Fleisch ist teuer. Welter Zucuk. Gibt das denn Peperoni-Würstchen? Hattest du Kartoffeln aufgekauft, Christian? Yes. Okay, sehr gut. Alles auf dem Counter. Klingelingeling. Wie schön das hier aussieht alles. Ich glaube... Kein Mehl mehr, ne? Ich schalte... Also doch, die müssen wir auch greifen. Okay. Einen, eins nur noch, oder? Ja, genau. Hatte ich ja gesagt. Mehl ist... Achso, du hast Mehl gekauft. Yes. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Christian die Sachen irgendwie günstiger sind. Was? Nee, aber... Ich habe auch nur ein Mehl geholt oder so. Aber wo ist das Mehl? Zwei Mehl habe ich geholt. Du brauchst ja nur einmal Mehl zum... Teig. Die Pommes liegen hier um die Kacke. Herr Peler hat den leeren Platz direkt benutzt für seinen Schmutz. Für meinen Schmutz? Ja, für die Pommes da. Geile Succo-Wurst, ey. Müsst du da aufpassen, dass er da nicht die Zitronen dann zu Pommes verarbeitet. Ich habe auch ein paar nur so geschnitten, weil das brauchen wir für... Ja, wenn das in der Schnelle mal passieren würde. Ach guck mal, wir sind top ausgestattet sind wir. Ja. Oh Gott, alle an einem Kühlschrank? Ja. Oh Gott. Ah! Nein, jetzt ist die Succo-Wurst oben auf den Kühlschrank gefallen. So. Auf den Kühlschrank gefallen. Dann machen wir mal hier. Also die Wurst sieht echt eklig aus. Was? Der Succo. Das ist doch voll geil. Das sieht aus wie dieser Pudding. Black Pudding. Oh, ein bisschen Öl haben wir ja noch. Ja. Das ist auch wichtig. Hot Dogs hast du schon serviert? Nee, ich habe noch gar nichts serviert. Ein bisschen nur vorbereitet. Okay, dann mach du mal das Succo. Ich mache hier Hot Dog. Okay, ein Hot Dog ist schon auf dem Grill, Christian. Die ist schon auf dem Grill. Was machen wir denn mit dem Würstchen? Nix, einfach auf dem Teller. Hier, ich habe Teller rechts schon vorbereitet. Oder hast du schon gesehen? Und Pommes. Also das Würstchen muss in das Brötchen. Mayo, Ketchup drauf und Pommes dazu. Mach man dann mit den Kindern. Wieso sind das denn zwei? Das kommt da rein. Geißen in die Teller mit Nachnamen. Zwift. Pommes, Ketchup, Mayo. So. Da habe ich einen Penis gemacht. Da kann ich ja aufmachen, oder? Nee, nee. Succo ist noch nicht drauf. Aha. Succo ist noch nicht serviert. Kommt jetzt aber sofort. Junge, sieht das eklig aus. Der Elefantenteller. Hey, Elefant. Das ist doch der Piratenteller, oder? Einfach so ein Hot Dog mit Pommes. Ja. Guck mal, jetzt hast du das ja sogar... Fertig. Jetzt hast du das ja sogar wirklich an der Stelle reingemacht, dass du dein Gesicht machen kannst. Das ist ja geil. So, Succo ist aus. Der Welt jetzt kann geöffnet werden. Geil. Dann machen wir doch direkt nochmal Succo. Jetzt geht's ab. Keiner ist hier. Wobei, hier ist das Hot Dog-Ding mal offen. Keiner steht mehr an. Können die Brötchen... Warte mal, der Teig ist ja heiß, Peter. Ach da, wo kommt der jetzt? Der ist teleportiert. Oh, da will jemand Hot Dog. Das ist aber nicht schlimm. Ja, aber deswegen hat er bei mir Backen nämlich auch nicht 100% gegeben. Was? Nee, weil der schon ein bisschen abgekühlt ist, glaube ich. Je heißer, desto besser. Ja, ja, ich wusste überhaupt nicht, dass die Hot Dog-Brötchen warm sind. Geh mal, Hot Dog. Wir brauchen einen Hot Dog. Bist du ja einen Hot Dog? Oder soll ich Hot Dog machen? Ich mach doch die Brötchen wieder warm. Fünfmal Hot Dog. Nee, machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Keiner mag dieses Succo-Scheiße. Normalerweise sechsmal Hot Dog. Okay. Siehmal Hot Dog. Okay, wir machen mehrere Hot Dog-Teller gleichzeitig. Ich mach auch nochmal Hot Dog. Achtmal Hot Dog. Okay. Danach sind wir auf jeden Fall ready für den Gourmet. Nice. Alle essen nur Hot Dog. Wir sind jetzt einfach hier Ikea. Weißt du gerade? Das Hot Dog-Brötchen würde einfach nicht mehr warm. Ja. Oh, guck mal jetzt. Hey, what the fuck? Zack. Deine Zwiebeln sind sofort fertig. Deine Pommes, die ersten. Jupp. Oh. Hot Dog. Nochmal Hot Dog. Die volle Hot Dog. Keiner ist hier. Was soll das? Keiner ist Succo. Chat, ey. Was soll ich sonst essen? Das ist doch super. Aber kann ich den Gourmet? Guck mal, hier, zack. Kann sein, dass wir nicht mehr genug Hot Dog-Würstchen haben, wenn das so weitergeht. Wir haben jetzt aber doch wieder gut Geld eingenommen. Ja, okay, gut. Also im Zweifel kann ich Hot Dogs kaufen oder wer auch immer von uns. Warte mal, können wir nicht einfach Hot Dogs weitermachen und dann auf die andere Anrichte machen? Kauf nochmal Hot Dogs. Das probiere ich jetzt mal, Christian. Das müsste da gehen. Ne, geht nicht. Schade. Schade. Alter, auf, wir sehen das Hot Dog-Ding sowieso jetzt leer, Peter. Gebt mal her. Kannst eigentlich hier warten. Ja, stimmt. Der Teller ist schon bereit. Dann machen wir doch direkt den nächsten, wa? Die sind halt nur zu blöd. Alter, die wollen alle fucking Hot Dogs. Keiner, keiner wird so Tschuck. Hier ist ein Würstchen. Da kommt kein zweimal so Tschuck. Hab ich hingelegt. Danke. Ich geh weiter kassieren. Ja, ich pack die gleich aus. Ich warte nur darauf, dass einer von den sechs Leuten, die hier stehen, endlich mal schafft, sich den Hot Dog zu nehmen. Ja, aber die müssen sich bei der Auswahl, sind sie sich nicht hundertprozentig sicher, welche Hot Dogs sie haben wollen. Ja, der ist, der ist wach. So. Äh, wo hast du die Box hingestellt? Ah, hab ich schon ausgepackt. Ich würze jetzt die Hot Dogs. Die fertig gewürzen sind im Kühlschrank, die anderen liegen hier. Ey. Ich hab das Gefühl, dass hier mehr als neun Leute kommen und ich hab das Gefühl, dass hier mehr als neun Leute kommen und ich hab das Gefühl, dass die alle noch Hot Dogs essen. Da ist der erste sauer. Womit? Warum? Ja, weil es zu lange dauert. Was dauert es zu lange? Okay, wird, weiß ich, der erste ist weg. Hier steht doch beides. Was soll ich sagen? Mmh. Dann packen die halt so krass rum, weil sie immer nur auf ein Rezept gehen. Peter, du weißt, wir haben zwei Rezepte, Peter macht beide. Mach ich? Ey, Sucho kannst du ja auch machen, theoretisch. Ich spüle eine Runde. Da ist der nächste sauer. Und der nächste sauer. Ja, was soll das denn, ey? Das ist doch da. Die können sich das ja nehmen. Ja, aber die wollen wohl nicht diese Hot Dog Variante haben, sondern die andere Hot Dog Variante. Die andere. Ach so. Das scheint wohl ein Problem zu sein hier. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Da ist länger essen. Oh. Soll ich mal fertig machen? Ja. Wegen der jetzt bin ich so aus Schuss. Hot Dog ist leer, wir brauchen Hot Dog. Mal guck dir die Idioten da an. Sucuk ist leer, wir brauchen Sucuk. Sucuk ist leer, wir brauchen Sucuk. Sucuk auch, okay. Alles klar. Bist du ja auch selber schuld dann. Die laufen auf und ab und finden beides nicht, Peter. Ja, geil von denen. Weg, wieso waren hier warme Teller? 136. Weiter geht's. Nein, nein. Wo sind die Pommes hin? Die Pommes sind verschwunden. Ich hab die Pommes hier. Hast du die am Teller getan? Okay, kannst du den Teller wegbringen? Yes. Danke. Hast du Stress, Peter? In zwei Gerichten? Ah. Also hier sind vier Leute, die Sucuk wollen und vier Leute, die Hot Dog wollen. Ja, kommt jetzt beides. Also ihr müsst beides doppelt machen. Ja. Christian, kannst du noch einen Hot Dog Teller machen? Ich mach noch einen Sucuk Teller. Äh, klar. Na klar doch. Muss man die Wurst mal kurz hier auf die Spüle legen? Nee. Irgendwie fühl ich mich verarscht auch so ein bisschen, muss ich sagen. Wieso? Von wegen sieben bis neun Gäste. Ich dachte, wir machen uns jetzt hier mal einen entspannten. War das leer? Ja, das ist richtig entspannt, Nasse. Moment. War das leer? Alles gut. Nix. Okay. Das ist so geil, einfach. Acht bis neun Gäste und die rennen uns die Bude ein für fucking Hot Dogs, ey. Der Hot Dogs-Skandal. Der ist noch weiter, ich kassier schon ab. Manchmal muss ich aber sagen, wir waren letztens so gut essen, da war das so laut. Da hätte ich das auch ganz gerne gehabt, dass wir bezahlt hätten, wenn wir noch essen. Oh, beide Sachen sind weg? Oh mein Gott. Ja, weil es so laut war. Das ist halt so ein Bowling-Center gewesen. Das ist so unfassbar, also essen ist okay, aber es ist so unfassbar lauter drin gewesen. So ein Bowling-Center, schön Americans, too. Die haben recht viele Sachen, aber ja, größtenteils schon, ja. Das ist ja echt schon fast entspannter, wenn du mehrere Gerichte hast, weil du dich dann irgendwie besser darauf vorbereiten kannst. Ich glaube, die gleiche Anzahl an Leuten wird einfach auf zwei Gerichte jetzt verteilt. Ja, und man muss halt auch mal sagen, dass wir halt komplett gescannt wurden und die Anzeigen eine andere war. Was brauchst du denn noch für Suchuk? Naja, alles gut, da. Suchuk habe ich im Griff. Er sucht Suchuk und wartet. Ist es nicht da, Suchuk? Saft ist... Okay, habe ich im Griff. Ist serviert. Da ist der nächste Suchuk, Mann. Ja, aber jetzt ist doch erstmal ein bisschen Ruhe. Hm. Jetzt ist gerade richtig Ruhe. Kann man ja entspannt abspielen. Das ist ja alles so easy. Kommt vor purer Stress, Alter. Oh Mann, ey. Er ist mega entspannt. Ja, hier machst du Jay abkassieren. Muss man die Wüste eigentlich wenden? Nee, oder? Nee, ne, Wüste muss man nicht wenden. Suchuk muss gewendet werden, Wüste nicht. Okay, du willst auch Suchuk. Ja, kommt da alles hin. Die gehen fröhlich nach Hause. Da kommt der nächste. Da kommen noch zwei. Ihr könntet zu viel sein, Freunde. Wir haben einfach 18.000. Suchuk. Nur nicht Hot Dogs. Hot Dogs und Suchuk. Ja. Hier, der will Hot Dogs. Du willst Suchuk. Den könnt ihr jetzt das letzte Suchuk nehmen. Ja, ich bereite neues Suchuk vor. Es endet nicht. Ja, da kommt noch einer. Willst du... Jetzt die Quizfrage. Der nächste, der reinkommt. Suchuk oder Hot Dogs. Das ist wichtig. Suchuk, Peter, du hast recht. Working on it, working on it. Keiner will mehr Hot Dogs. Jetzt sind Hot Dogs aus. Jetzt ist abends so Suchuk in, mittags Hot Dogs. Ja. Das ist wichtig. Na, hat das Suchuk geschmeckt, Alter? Scheint wohl geschmeckt zu haben. So, hier. Will schön. Ja, Fleisch brennt ein bisschen. Ja, ja, ja. Okay, du möchtest Hot Dogs. Ja, kann dir jetzt doch gerne. Du kannst wahrscheinlich den letzten Hot Dogs nehmen. Wie viele Leute kommen danach noch? Ja, ja. 140. Ey, wir haben uns vorhin noch auf Level 101 abgegeiert. Kommt jetzt noch jemand oder eher nicht? Er hätte nicht gedacht, dass wir mit zwei Gerichten... Hier ist Müll! ...trotzdem viel Umsatz machen. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Vor allen Dingen, am Anfang waren die noch gar nicht so teuer, oder? Okay, du levelst die Dinger ja auch, ne? Ja, doch. Ziemlich. Du levelst die halt in... Alter, lass mal einen Tag nur Pommes anbieten, dass wir das so hochleveln, dass Pommes tausend kostet. Dann wärst du reich. Dann hast du gar keinen Stress mehr. Kommt doch jemand rein, der gerade... Wir haben die Meter gebrochen. Hier will jemand Hot Dogs. Hot Dogs, Hot Dogs. Ja, das ist dann, weißt du, so... Der letzte Kunde kommt... Sochuk. Schmeißt aber so ein altes Würstchen auf den Grill. Und während die Person dann dabei zuguckt, wie das gemacht wird... Ja. ...kommt auch ein bisschen schnacken. Und sich hart einen abfuckt. Oh, hier kommt noch jemand. Das endet halt nicht wieder. Ja, jetzt gucken sie erstmal wieder... Wo ist Sochuk? Ist unmöglich zu finden. Wirklich. Legit. Unmöglich. Wo könnte das sein? Ja, bei der großen Auswahl muss man ja erstmal gucken, was da alles gibt. Kann ich nicht sagen. Geil. Einmal so... Einmal muss man sich das angucken. Ja, verstehe ich. Oh, zwei, die Hot Dogs wollen. Brötchen da. Oh, das hat ja den witzigsten Sound. Jay, der Teller einräumt. Ah, ja. Oh, da wird der letzte Jujo genommen. Oh nein, sie geht. Hot Dogs zu lang gedauert. No. Wird jetzt schon? Ich war eigentlich nur auf die Pommes. Ja, die war unenduldig. Na, das ist halt auch dasselbe, ne? Hot Dog... Lass mal Sucuk in Hot Dog machen. Sucuk in Hot Dog? Ja, die Wurst. Die Blutwurst da. Oder was auch immer das ist. Pepperoni-Wurst. Knoblauch-Wurst ist es denn? Das Knoblauch-Wurst in Hot Dog? Sucuk ist doch Knoblauch-Wurst, oder nicht? Ja, irgendwie so. Sucuk wäre Peperoni-Wurst. Ja, das heißt Pepperoni. Da ist aber auf jeden Fall Knoblauch drin, meine ich. Vielleicht ja beides. Das ist auch noch ganz andere Gewürze drin. Oh Mann, ich bin hier wieder eingeschlossen. Alter. Hinterm Saft stand. Der Rasta aus. Na gut, passt. Mach mich fertig, ey. Jetzt ist das schon wieder passiert. Jetzt hätte ich eine Rutsche festgesteckt. Als ob da jetzt noch jemand kommt. Wenn du jetzt Sucuk willst, ne? Hoffentlich will der Sucuk. Das war echt schlecht. Oh, Peter, ich... Ich rieche dem schon an. Der sieht nach Sucuk aus. Ja, sü! Mach du mal das Fleisch. Ich hole den Tellerchen. Hättest du mal nicht Sucuk noch gemacht, ne? Was kommt denn bei Sucuk noch da drauf? Kartoffeln und Zwiebeln. Kannst du das Fleisch wenden, wenn es fertig ist? Yes. Weil die fünf Leute hier, die stressen so sehr. Kartoffel, Zwiebel. Das ist nur Kartoffelscheiben mit Zwiebeln und der Wurst. Und der Wurst, genau. Wartenabend essen, Alter. Lecker, lecker. Also, das ist ein bisschen geil. Aber öfter könnte ich mir das nicht geben. Vielleicht kommen auch immer wieder dieselben hier einfach rein. Ja, die wollen einfach dreimal... Ich habe Kunden es doch, das, was du haben willst. Ja, dreimal... Oh, das Sucuk, das findet er nicht. Er ist sauer. Bei mir ist da zum Beispiel nicht Sucuk steht da. Sucuk steht da. Das war knapp. Das war knapp. War kurz davor zu gehen. Draußen ist keiner mehr. Komm schon, lass uns mal 142 hier voll machen. Dann haben wir einfach mal geschmeidig 50 Level gemacht oder so heute. Mhm. Warte mal, haben wir jetzt den Gourmet mittlerweile freigeschaltet? Ja, der ist auch... Der kommt auch morgen. Ich habe den schon aktiviert. Ah, okay. Alles klar. Elena. Ja. Kann für nachspeisen. Das ist so eine Influencerin. Das ist so eine Food-Fluencerin. Alles klar. Äh, Schmutz. Achso, Moment. Das ist doch jetzt... Alter, kommst du jetzt hier rein? Nee. Die möchte vor allen Dingen so eine richtig... Also diese geile Erdbeertorte, die die haben möchte. Ja, die gibt die uns dann doch, oder? Wir können ja keine Erdbeertorte. Ja, stimmt. Stimmt. Die will wieder irgendwas haben, was wir dann so... Ach, der Tag ist vorbei. Closed. Ach, der stressigste Tafel, Peter, ey. Ja, der Tag ist das nächste Glauben, wie ich bin dann ganz gut aus. Also ein Teller ist von beiden noch da. Aber wir sind 27k wieder, ey. Holy shit. Gibt es eigentlich noch ein größeres Restaurant, Ne, was? Nee. Irgendwann kannst du es halt schöner machen. Ja, ja, gut. Wenn wir halt hier zehn Tische haben, zehn von diesen Dingern und dann ganz viele Tische und so. Wir schmeißen auch Müller draus. Stimmt, wir können ja auch noch super viel Geld ausgeben, ne? Also für jedes einzelne Möbelstück kannst du fast 20.000 ausgeben. Ja, ja, ja. Das ist wild, Alter. Ich kann richtig... Ich hänge wieder fest, Alter. So, wir können sie nicht abkassieren. Unsere Bedienung hängt hinter dem Saftding. Ja, es ist weg damit. Es ist weg damit. Und woanders hin. Ja gut, dann haben wir doch einen erfolgreichen Tag gemacht oder hier oder was. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Die sind halt wieder auch alle leer, ne? Die Kaugummi-Ding ist leer. Die D-Ding ist leer. Die Klor ist leer. Also wir haben 40 Leute zumindest. Wann hast du investiert? Ich habe hier so einen Blumenkübel dazwischen gemacht, damit er die so ein bisschen optisch trennt. Und dafür gab es ein Achievement. Ja, habe ich auch gekriegt. 20 Dekoration. Geil. Okay, seid ihr ready fürs Bettchen, um uns anzugucken, wie geil der Tag war? Nee. Okay. Ja. Immer. Ich habe da so ein Gefühl. Ja, doch, bin ich. Okay, bist du doch. Okay, alles klar. Irgendwann kann man das doch bestimmt hier auch einrichten. Ah, der Hotdog. Der Hotdog ist einfach doppelt gestiegen. Sucuk auch direkt zweieinhalb Level gestiegen. 840 hoch. Krass. Da haben wir ja einfach 26.000 Einnahmen mit zwei Gerichten gemacht, ne? Mhm. Wir haben 42 Mal den Scheiß erwählt. Ja, leider nicht drei Sterne. Ist ja logisch. Ja, ist acht bis neun. Okay, nächste Folge dann potenziell die Foodfluencerin, die wir versuchen glücklich zu machen. Das war mal wieder eine Folge Kebabchefs. Vielen lieben Dank fürs Einschalten bis dahin. Wie gehasselt haben, ey. Holt rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.